Einen Link zu meiner persönlichen Duftselektion findest Du unten in der Beschreibung. Nummer 1 Mont Blanc Explorer Der gilt als Aventus Creed Zwilling und das für zurück ein Viertel des Preises. Sehr günstig also und für mich wie beinahe alle Mont Blanc Düfte richtig gut. La Ligue Entrennois Sport Absoluter Geheimtipp. Alle blicken immer nur auf den normalen Entrennois. Der hier ist weniger erdig, dafür frischer, etwas grün und immer tragbar. Ferragamo F Black Ähnlich dem Klassiker Uomo von Valentino, nur deutlich billiger. Der Duft ist süßlich-würzig und es dürfte wenige geben, die ihn nicht mögen werden. Issemiake Lo Bleu Hier erwartet Dich eine äußerst spannende Duftpyramide. Kräuterlastig, maskulin und wunderbar frisch. Auch preislich einfach ein Kracher. Missoni Purum Ein erfrischendes Zitrus-Holzerlebnis, wohltuend europäisch und etwas mediterran. Das ist dieser viel zu wenig bekannte Immergeher mit Oldschool-DNA. Cerruti Signature Wer würzig-ledrige Düfte mag und gerade so viel Süße haben will wie nötig, der ist hier richtig. Cerruti Signature Riecht wirklich teuer, ist aber unanständig billig. Boss Bottled Infinite Der wird gerne mit dem sauteuren Saddley von Parfüm de Marly verglichen. Fruchtig-frisch mit holzigen Noten. Hier kannst Du einfach mal gar nichts falsch machen. Bogart Purom Den kennt kaum einer, was schade, aber eigentlich auch gut ist. Lavendel und fruchtige Akkorde dominieren. Tragbar ist der immer mit, na wirklich sehr guten Haltbarkeit. Bentley Absolut Kraftvoll, rauchig, holzig, harzig. Eher nichts für den Sommer und auch nichts für weichgespülte. Für mich ein mutiges Kraftwerk für Alpha-Typen. Azaro Chrom Ein sehr gelungener Aquatiker, für die wärmere Jahreszeit und kleines Geld. Wirkt wirklich sehr erfrischend und belebend, auf keinen Fall zu süß, aber würzig genug. Sieh Dich gern bei mir im Shop um, dort findest Du handgewählte Dinge, die Dich als Mann interessieren dürften. Accessoires, Uhren und nicht zuletzt auch meine Duftempfehlungen. Vielen Dank.